Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 18. Juli 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 417 und heute wird ein schöner Tag, sagt zumindest meine Matter-App. Die Themen, die ich heute mitgebracht habe, sind PostFinance, Druckdienste, Indian iOS 12, Skype, Handelsriesen, DeepL, Backbone und Drohnentransporte. Ich beginne gleich mal mit der PostFinance. Da hat man vor nicht allzu langer Zeit das Kernbankensystem geändert und das ziemlich, zumindest im Vergleich zu den letzten Umbauten und Ausfällen und Pannen, sehr, sehr, wie soll ich sagen, ausfallfrei umgesetzt bekommen. Jetzt ist das CRM dran. Das wird umgesetzt in den nächsten knapp zwei Jahren und soll dann nachher auch über das ganze System überall homogen sein. Wir dürfen gespannt sein und ich drücke mal der Post die Daumen, dass sie das Ganze auch weiterhin so fleissig und stabil hinbekommen. Keine Fotobücher mehr gibt es über die Fotos-App. Nicht allzu lange ist es her. Ich glaube, im Herbst vor ein oder zwei Jahren hat die Apple quasi da neue Möglichkeiten vorgestellt. Doch ab 30. September ist es nicht mehr möglich, direkt aus der Fotos-App eigene Fotobücher, Karten, Kalender und Abzüge zu bestellen. Dazu gibt es dann ein kleines Pop-up-Fenster, wo auch informiert wird, was es für Alternativen gibt. Schade, schade, aber wurde anscheinend zu wenig gebraucht. Zu wenig gebraucht denke ich nicht, dass es wird, aber irgendwie will es aktuell nicht so klappen, wie es sollte. Apple und Indien. Apple hat in Indien zwei, waren es sogar drei, zumindest sicher zwei, drei wichtige Manager verloren, die im Bereich Indien hätten die Marke Apple etablieren, vor allem das iPhone hätten etablieren sollen. Das größte Problem für Apple ist natürlich, und da ist Apple nicht allein, wie alle anderen Firmen, dass Indien hohe Importzölle hat auf eben fremde Technik, die nicht aus dem eigenen Land kommt. Das war unter anderem auch der Grund, weshalb Apple seit kurzer Zeit auch iPhone SE direkt in Indien produzieren lässt, weil so kann man es dann nachher besser inländisch verticken, schlussendlich. iOS 12. Die vierte Beta ist draußen. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, was da alles so drin ist, habe ich noch nicht allzu viel mitbekommen. Es wird langsam immer stabiler und die Neuigkeiten immer weniger, hat natürlich auch einen Grund, denn es geht in grossen Schritten in Richtung September. Lang ist es ja nicht mehr her. Ein grösseres Update, zumindest der Nummer nach, gab es bei Microsoft, nämlich von Skype. Skype 8.0 für den Desktop. Genauer gesagt, Skype für den Desktop ist erschienen und wird ersetzen die Version 7.0, die sie auf dem Namen Skype Classic hört. Ab dem 1. September könnt ihr, wenn ihr das nutzt, die App nicht mehr nutzen und müsst eben bis dann spätestens gewechselt haben. Ansonsten könnt ihr darüber nicht mehr kommunizieren. Was ist neu? Einige Dinge sind dabei. Kostenlose HD-Anrufe. Insgesamt mit bis zu 24 Freunden und Kollegen. In Gruppenchats könnt ihr Mentions nutzen. Yay, endlich. Add XY und die Person bekommt das besser mit und ihr könnt grössere Daten übertragen und so weiter und so fort. Es gibt ein paar weitere kleine Funktionen, die da angebessert wurden. Nutzt ihr noch Skype? Lasst es uns doch mal wissen. Über die Kommentare oder über Social Media. Ich bin gespannt. Deep L. Der Übersetzungsdienst aus deutschen Landen, der vor ein, zwei Jahren gestartet ist, hat ja so ziemlich alles überholt, was es im Netz so gibt an Übersetzungsmöglichkeiten, an kostenlosen, aber auch kostenpflichtigen. Zumindest Google und Microsoft, die Lösungen sind ja immer ein bisschen holprig. Und da ist es deutlich weiter, was das anbelangt. Der Dienst kann jetzt neu auch PowerPoint-Präsentationen und Word-Dateien übersetzen. Dazu müsst ihr es einfach auf dipel.com slash translator hochladen und später bekommt ihr einen Download. Kostenpflichtig bekommt ihr das Ganze schneller, plus ihr bekommt ein Dokument, was ihr auch wieder bearbeiten könnt. Kann natürlich Sinn machen. Und ja, wie finanziert sich das Ganze? Ganz logisch. Die Intelligenz dahinter wird natürlich umso schlauer, umso mehr Dokumente sie bearbeiten, hochladen, editieren und besser gesagt übersetzen kann etc. Und ja, werden wir mal schauen. Sicherlich lange wird es nicht mehr gehen, bis irgendeiner der ganz Großen die Firma übernehmen wird. Apple ist dann Kandidat, Microsoft logischerweise und Google. Und ja, wer war da noch? Amazon. Da könnten sicherlich noch ein paar Interesse daran haben. Nicht nur die. Facebook, genau. Zum Beispiel. Der Meeresspiegel steigt anscheinend schneller als angedacht. oder als wir bis anhin angenommen haben. Klimawandel etc. ist in aller Munde. Und so geht es auch den Forschern oder den Ingenieuren, die hinter der Lösung sind, wie man dann die ganzen Backbones, die so unter dem Meer durchgehen und dann schlussendlich irgendwo wieder rauskommen und die jetzt leider relativ nah am Meer stehen und dann irgendwann auch mal untergehen könnten. Und dabei hat man herausgefunden, dass man nicht mehr 50 Jahre Zeit hat, um eine Lösung zu finden und zu planen, sondern dass es eventuell schon in 20, 25 Jahren soweit sein kann. Also, liebe Ingenieure, macht vorwärts, denn ja, auch wenn gewisse Städte untergehen, mein Internet soll da bleiben. Sehr egoistisch. Aber ja, vorwärts machen, bitteschön. In der Geek Talk News Folge habe ich immer wieder mal über die Drohnen-Transporte berichtet, die zum einen bei uns zuerst in der italienischen Schweiz gestartet sind, dann in der Welschenschweiz und jetzt seit kurzem auch in Zürich. Doch der zehntägige Start oder der zehntägige Versuch in Zürich wurde rapide abgebrochen nach einem Tag. Denn, wie könnte es anders sein, die Anwohner rundherum haben sich beschwert. 70 Dezibel-Lautstärke sind ihnen dann doch zu laut. Gut, so wie es ausschaut, wird man das Ganze, da ja die ganzen Bewilligungen etc. vorliegen, erst im 2019 mit einem weiteren Test angehen können. Sehr schade, bis der erste dieser Leute, die ausgerufen haben, mal irgendwann im Spital liegen und dringend eine Laboruntersuchung bräuchten. Schade, schade. Solche Dinge, ja, unschön. Aber ja, wir werden sehen. Technik siegt schlussendlich irgendwie, wenn sie sinnvoll ist und gut, logischerweise. Ich gebe jetzt Ruhe, denn es ist Zeit, in den Tag zu starten. Euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag und ja, wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.